hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft project ozon mit dem ollie 280 so wir hatten vor zig folgen vielleicht waren es auch nur zwei ich weiß es nicht ein paar von den storage drawers hier aufgestellt so wir werden die jetzt noch mal abreißen weil wir machen aus den storage drawer was sinnvoll ist weil wir haben jetzt ein bisschen material wir haben ein paar maschinen die miteinander verbunden sind und dann nehmen wir uns einfach mal ein stapel davon mit ich glaube ich habe sogar alle erwischt wahnsinn ha cool so denn wir machen uns aus den storage nämlich kein manölin nein sondern wir machen uns daraus nämlich sogenannte compacting drawers die compacting drawers bestehen aus pistons eisen und stone stone haben ein bisschen was mittlerweile ich glaube ich durch gebrannt dachte ich nein 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 ok nehmen uns einfach mal was sollten weil es ein ganz tolles da geht es ein ratzfatz genau deswegen ich packe das schon mal rein und im all im aloe smelter schmeiße jetzt einfach mal eisen eisen da eisen rein zum aloe smelter sollte man vielleicht noch dazu sagen das icon da unten ist wichtig da gibt es drei modis momentan arbeiten wir im sogenannten furnace mode oder beziehungsweise im furnace mode all smelting er verarbeitet hier gleichzeitig drei pulverisierte eisen zu drei iron ingots braucht aber auch die dreifache zeit dafür ist natürlich ein bisschen grenzwertig aber ok dem werden wir noch mal ein upgrade verpassen vielleicht schaffen wir das noch diese folge vielleicht aber auch als nächste heute soll es erstmal darum gehen dass wir uns irgendwo eine ablage schaffen wo man unser zeugs hinkriegen quasi ein storage system manche leute kennen das schon wie wir das machen compacting storage als compacting drawer aus dem mod storage drawers so muss ich sagen das sind eine richtig coole geschichte ich denke das reicht mal fürs erste können uns ja gleich noch mehr holen holz haben wir auch noch ein bisschen was da das sieht gut aus ein bisschen redstone brauchen wir noch redstone haben wir doch so wenig bloß noch redstone wird langsam eng na gut aber jetzt haben wir alle gleich bei den sieb hast du noch das oder dann können wir zur not mit dem hammer erzeugen so dann machen wir uns jetzt hier erst mal ein paar pistons pistons was fehlt uns kohls und kohls tot viel merkwürdige geschichte so wissen zwölf stück ok was da alles immer für komische sachen rauskommt zwischendrin so dann können wir nämlich hier wenn wir haben wir doch schon alles da können wir uns die ersten sechs compacting drawers schon mal bauen und die stellen wir uns einfach mal dahin ein bisschen abstand dazu genau eins zwei drei vier fünf sechs so die fackeln nehmen auch wieder mit so was ist denn an den dingen der vorteil wir nehmen jetzt einfach mal die iron ingots die wir noch in der tasche haben packen die links unten in die kiste rein und sehen wir haben oben block of iron und wir haben rechts und iron nuggets wir können uns jetzt hier fröhlich iron nuggets rausnehmen wir können uns jetzt hier fröhlich iron ingots rausnehmen und wenn wir genügend sachen drin hätten könnten wir uns auch einen block of iron rausnehmen so und das kann man alles wieder zurückpacken und der rechnet das immer sauber um wunderbare geschichte so dasselbe kann man natürlich mit gold machen und dasselbe können wir machen mit kupfer und dasselbe können wir machen mit zinn welches zinn haben wir denn hier gerade tinkers construct ist eigentlich nicht der schöne zinn das aus thermal expansion gefällt mir fast ein bisschen besser ähm schauen wir mal ob wir das hier rauskriegen genau tinkers construct schon wieder mist ähm wenn wir den tin ingot nochmal brennen im redstone furnace kommt dann das richtige raus nein habe ich noch zinn einstecken das muss man mal zeigen können silber eisen hast du noch zinn 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 einstecken nein mhm ok schauen wir nochmal da vorne zinn zinn da zinn nehmen wir noch vier davon äh da vier das jagen wir einfach mal genau das können wir natürlich hier jetzt locker mal in den hammer reinhauen oh er arbeitet hier gerade aus mir umdruck dann können wir natürlich noch einen moment warten so viel zeit muss sein denn material muss sauber durchgearbeitet werden komm so läuft schon mal dann können wir hier noch silber silber blei das geht wirklich schön flugs gefällt mir echt gut komm kommen wir der tinker zum schreck okay hatte ich schon kupfer rein kupfer die schon rein okay kupfer ist ja nicht mehr geworden, schade eigentlich, na gut tin ore sand, lass mal noch mal durchlaufen und währenddessen kann ich hier noch ein bisschen brennen ferrores, ach geht das schön schnell, ich liebe es wenn das so schön schneller geht wunderbar natürlich kann man auch noch kisten dran schließen das ist uns alles klar das wissen wir wollten wir jetzt noch nicht machen kommt aber noch da machen wir noch was schönes draus so das läuft erstmal, genau so jetzt haben wir 5 powdered tin haben wir sogar noch eins mehr raus bekommen und das verbleibende können wir da mal in den packager packen und dann ist der hier gleich fertig halt ach da ist ein pulverreßer gleich im beschlag, okay alles klar dann schmier den sand durch, nö, tust du nicht, haha, haha, so da ist dein sand, da ist dein dust so jetzt kannst du auch noch redstone ich habe noch ein redstone, wirst du das redstone haben? ich teile es mit dir, bitteschön super siehste, ich bin lieb zu dir ok, dann haben wir hier copper ingots, dann haben wir hier tin ingots, dann hatten wir hier noch bleib und dann haben wir hier noch alles eisen draußen und dann haben wir hier noch silber silber können wir neben gold packen, genau so, dann haben wir das nämlich hier sauber sortiert und der vorteil bei den compacting drawers ist wir kriegen hier 16 stacks rein 16 stacks klingt nach nicht all zu viel ja, aber wir kriegen 16 stacks vom block of iron rein und wie gesagt, das macht er hier alles voll automatisch, da brauchen wir uns nicht zu kümmern wenn wir irgendwo aus irgendeiner verarbeitung noch nuggets rauskriegen ach, doof, wo tun wir die nuggets hin? äh, die sind jetzt immer im weg äh, können wir einfach reinpacken, fertig und der vorteil dabei ist auch noch dass wir, wir hatten ja jetzt gerade andere zinnbarren reingelegt er unifiziert das auch noch, ne, das heißt also das, was wir da jetzt reingelegt haben so kommt es dann auch wieder raus und wir können da jetzt reinpacken, was wir wollen von welchem Mod auch immer, ob das zinn ist, aber aus Tinkers Konstrukt oder sonst irgendwie spielt gar keine Rolle läuft auf jeden Fall super Geschichte das so lassen wir das mal hier nochmal durchlaufen das Zeugs das da auch noch shiny und gold das können wir auch noch durchlaufen lassen so, na komm naja, wobei man braucht sie hier echt nicht beschweren die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist ja eigentlich wirklich gigantisch schön so, dann haben wir das Material erst mal durchgearbeitet wir haben die ersten Compacting Drawers wunderbare Geschichte so, dann haben wir noch Eisen weg dann haben wir noch Kupfer weg shiny haben wir noch, momentan nix können wir uns noch einen Draw anlegen weiß ich nicht, ob das Sinn macht Ferros macht wahrscheinlich schon mehr Sinn ja, können wir uns natürlich anlegen aber da fehlt uns im Moment noch ein bisschen Redstone kriegen wir noch oder Oli? kriegen wir irgendwann gut jetzt fleiß ich das durch genau können wir jetzt alles quasi voll automatisieren so, da haben wir noch was da haben wir noch was das können wir jetzt mal woanders hinpacken Osmium shiny Ferros okay, das passt erst mal sieht gut aus ähm Pulverizer dann packen wir das mal da rein vielleicht kriegen wir ja noch was anderes raus ja schön dann können wir nämlich hier nochmal Gold und nochmal das da jawohl so dann können wir hier Kupfer reinpacken und Gold sieht doch schon mal hübsch aus gefällt mir gut gefällt mir sehr gut okay wir hatten auch mal vor ein, zwei Folgen gesagt man kann hier die Sachen noch ein bisschen pimpen upgraden wie auch immer und zwar hä? wo kommen jetzt die 16 Koppel in kurz her okay packen wir sie da rein so ähm und zwar gibt es da links unten einen Upgrade-Slot und zwar für den Double Layer Capacitor und den Octetic Capacitor hätte ich mir gedacht gucken wir uns das doch mal an ne so ein Double Layer Double Layer Capacitor der besteht aus Energetic Alloy Basic Capacitor das die kennen wir und Coal Powder okay Energetic Alloy blättern wir mal besteht aus Glowstone Gold Redstone oh da haben wir wieder unser Redstone Problem ähm können wir das mal ein bisschen vorziehen Olli was denn? Glowstone Gold und Redstone weil dann können wir nämlich die Maschinen beschleunigen ja Redstone siebisch schon eins rausgekommen uh eins super ähm nochmal ganz kurz gucken wir brauchen dafür zwei Pro und davon brauchen wir dann ah also ich brauche insgesamt sechs Redstone wenn ich das richtig gezählt habe kriegen wir glaube ich hin oder? oh ich wollte jetzt noch ein Speed Upgrade machen für den Sieb ähm ähm der Krum schmelze ich gerade Pyrotheum kriegen wir das zusammen Pyrotheum haben wir noch ein oder zwei drüben aber wieder Redstone dafür aber ich denke da kann man einen Redstone mal investieren warte mal Pyrotheum das war eher rum gewesen ich hatte vorhin eins hergestellt aber es kann sein dass ich beide gebraucht habe nö 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 haben wir keins mehr da ok haben wir keins mehr da kriegen wir noch ich klau mal einfach mal schnell ich klau mal schnell die drei so er hat es nicht gesehen was na nix 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 so wir stellen den vor Speed Upgrade drei 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 ich mache auch Speed Upgrades und ein Energie Upgrade komm auch schon irgendwo ah da da müssen wir jetzt ein bisschen warten noch das Energie Tick Alloy und währenddessen können wir mal gucken Kohle 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 ach habe ich jetzt sogar noch einstecken habe ich doch noch einstecken da brauchen wir eins pro okay nochmal einfach nochmal zwei das ist für das erste reicht das glaube ich auch mal aus ah wir kriegen sogar noch Sulfur raus sehr schön noch inbar ich habe noch einen Blend einstecken und theoretisch müssten drüben in der Kiste noch der muss ja aber dann es ist mir ja nimm einfach genau der Aloysmelzer der steht dir auch gleich zur Verfügung ich muss nur noch ein Energetik-Aloy noch durchjagen dann bin ich soweit fertig damit ob sie sind Schmelze geworfen vier da brauchen wir acht Gold und zwei Kupfer der Blattmund kommt aber häufig wir haben wieder drei Redstone welche drei Redstone wir hatten wieder drei Redstone okay Entschuldigung ich brauche noch einen Redstone brauche ich für ein Upgrade noch na gut ich gucke mal hast du das Elektrum aus dem hier ja habe ich bitteschön ich warte nur noch auf einen Redstone dann bin ich fertig mit dem ersten Upgrade dann kann ich das wenigstens mal demonstrieren und die anderen werden wir dann auch noch irgendwann hinkriegen das ist ja eigentlich nur eine Frage des Wartens hier Moment ja da haben wir das so da haben wir den zweiten gleich auch eine Frage der Energie wenn die Sonne ist schon weg okay ist gleich kein Thema mehr die Energie so und jetzt können wir uns ach habe ich die Energetik erläutert drin liegen lassen ja natürlich hatte ich die drin liegen lassen kein Wunder dass das Shift-Klicken nicht funktioniert so dann oben ein unten ein und dann einmal Polarize Call in der Mitte zack wir kriegen sogar gleich zwei raus super so was macht das Ding wir fangen mal links oder rechts an ja fangen wir mal links an so wenn wir in die Zagmel das Teil reinpacken sehen wir erstens einmal dass er die doppelte Kapazität hat also da kann man jetzt dann deutlich mehr Energie speichern und die Maschine läuft deutlich schneller beim Sterling Generator ist das so eine eigene Geschichte ich packe jetzt mal ein Stück Kohle rein und wir sehen er verbrennt 250 RF pro Tick und generiert 200.000 RF in Summe für ein Stück Kohle das lassen wir jetzt einfach mal durchlaufen so viel Zeit muss sein wir haben ja Zeit oder doch nicht eigentlich egal wir nehmen uns die Zeit einfach mal und sehen schon er ist also relativ schnell durchgelaufen er läuft noch 15 Sekunden das sieht man auch ganz schön im Mouse Over Remaining 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 und gleich ist er durch na das ist aber nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei hätte ich gesagt naja ok also er ist durch hat jetzt 200.000 RF produziert packen wir mal den Double Layer Capazität rein und gehen einfach mal mit der Maus jetzt über das die Kohle wir generieren jetzt über Moment nicht dass ich das falsch schätze genau 200.000 wir produzieren jetzt mit einem Stück Kohle 533.000 RF und das mit 500 RF pro Tick und es gibt noch ein Upgrade vom Double Layer Capacitor und das gucken wir uns natürlich auch gleich mal an nicht dazu brauchen wir nämlich leider vier Double Layer Capacitor oder lauter so komisches Graffel wie hier unten hier ähm Electrical Steel und Redstone da brauchen wir also einen ganzen Block of Redstone und Electrical Steel Electrical Steel können wir uns mal angucken Electrical Steel ist Silicon Coal Iron kriegen wir hin jetzt muss ich nur noch den Olli fragen wie sieht's denn aus kriegen wir einen Block of Redstone noch ein kürzer hin oder nicht wird wahrscheinlich schwierig werden nehm ich an ne weil du brauchst das auch ach hast mal was du brauchst ich wollte eigentlich schon noch ein größeres Solarpanel dranhängen aber das ist jetzt nicht so wichtig ähm du musst jetzt einfach nur mal im Sterling Generator mal ich geb dir mein Stück Kohle ja und nimm das mal ins Inventar klick in den Sterling Generator und dann mach mal ein Mouse Over über die Kohle so da kommt schon ein bisschen was raus schon klar ähm mit dem nächsten mit dem nächsten Upgrade kommt noch mehr raus deswegen wollte ich das einfach durchziehen da kommt nämlich dann ich sag's mal so viel 1000 RF pro Tag raus ähm ja unsere Kabel können das noch ab nicht A2 mhm und wie ihr seht hier jetzt geht's 7 schneller eben du hast nämlich genügend Energie nehme ich jetzt mal an jo ne ich hab die Speed Upgrades reingekommen kloppt und ich hau hier dann gleich noch mal ein bisschen Energie nach mal Kohle komm Kohle äh ok alles klar machen wir weiter du wolltest Redstone haben ja ist ok ist ok ist ok ist ok ähm gut du hast hier noch Osmium du hast Osmium ich hole nämlich nochmal einen Stack Cobblestone den können wir nochmal durch den Pulverizer jagen und dann nochmal durch den Pulverizer jagen bin ich schon dabei also wir können es auch mal im Hammer machen den wir schon da haben ja der braucht 40 das ist halt sehr langsam ja aber im Gegensatz zu deinen 400 RF pro Tag braucht er 40 RF pro Tag ja dafür braucht er auch 10 mal so lang naja naja komm wir haben das Ding da stehen dann kann man es doch wohl voll ausnutzen oder hätte ich nochmal gesagt ja bevor er nichts macht eben steht nicht dumm in der Gegend rum hat was zu tun na gut ähm hätte ich gesagt wir schauen mal erstmal beim nächsten Mal den Octetic Capacitor für den Generator noch hinkriegen und dann würde ich sagen ja haben wir nicht schon Enderperlen für gebraucht nein witzigerweise noch nicht ok du brauchst 4 Electrical Steel oh weißt du was das Electrical Steel stellen wir noch her dann sind wir bei der nächsten Folge da geht er voll vorbereitet Silikon Pulverous Coal und Iron Ingot davon brauchen wir 4 Stück das kriegen wir doch hin 4 Eisen auch so für das Wipfront Alloy war da nicht Enderperle drin ja ähm Moment das sind 2 Rezepte das obere Rezept sind 4 Double Layer Capacitors 4 Electrical Steel und ein Color Block of Redstone ach ne da kommt die Cap was Capacitor Bank ach scheiße ich hab verguckt hier hab ich verguckt da war's Vibrant Alloy da hast du recht da brauchen wir Enderperlen ein Stück hatten wir nicht zufälligerweise Enderlily Seeds hat man noch nicht bekommen ne den können wir noch gar nicht machen ach schade schade ne und das ist anscheinend auch noch keiner ich guck mal in unsere Mob Farm Ui Olli komm mal komm mal komm mal wir haben was hübsches bekommen schau mal wir haben Gäste bekommen rechterhand dann müssen wir mal gucken was wir bekommen haben bunte Kühe genau mehrere so hier haben wir eine Kuh mit Molteninfus Kolium sind die Kühe böse ich geh mal rein nein Brian auch sehr nett eine Creeper Kuh Moltentanksten und Anti-Venum und du bist ne eine Chocolate Milk Kuh hast du einen Eimer ich brauch Chocolate Milk cool Brian Chocolate Milk Molteninfus Kolium ja haben wir vielleicht einen Endermen Moltentanksten cool Moltentanksten es ist wirklich ein Zombie ein Endermen ich nehme mal den Lootback mit das Einsamme und meine Taschen sind voll so ich schau einfach mal ich habe einen Common Lootback ok wir gucken mal rein Nether Quartz nehmen wir mit Dark Steel können wir nehmen das Brot lassen wir mal Tath Alloy Boots whatever ok so den Lootback behalten wir natürlich der ist schon gelootet der Lootback mit Ausnahme von einem Teil ansonsten ist hier nichts mehr drin ok na gut wir wollen ein bisschen warten und dann haben wir hier die Lootbacks nein andere Seite wir haben sogar einen Pulsating Iron da das war wahrscheinlich in einem Lootback drin super faszinierend was das alles rauskommt ne das war ein Common Lootback da fehlen uns noch Lootbacks da werden wir noch ein paar besorgen müssen aber auch das kriegen wir mit der Zeit wir haben schon wieder keinen Platz mehr das ist doch wirklich zum Mäusmecken aber kriegen wir auch noch wir haben Elf Redstone oh aber die kannst du jetzt nehmen weil nachdem du du hast ja recht wir brauchen für den Capacitor brauchen wir noch ein bisschen mehr wir können natürlich jetzt noch dem Alois Melter das Upgrade verpassen weißt du was wir nehmen es aus der Säcke mal raus und packen es in den Alois Meltern ich glaube den brauchen wir häufiger ja auf jeden Fall hätte ich gesagt so macht es mehr Sinn ja Maschinen laufen Material läuft sich wie sieht es hier aus ui die Kiste rechts ist voll ähm ja dann nehme ich mal das noch mal Gold raus machen machen wir mal für dich was Sinnvolles so und was haben wir hier noch irgendwas Dust Ardite Dust kann man das durch einen Pulverizer jagen einfach mal interessante Frage nö mal kurz zumachen Moment gut Platz Iron Gravel können wir gleich noch mal Iron Gravel können wir gleich noch mal durchlaufen lassen Iron Sand Iron oder Dust Iron oder Dust kommt in den Pulverizer wenn er wieder frei ist ich glaube ich muss noch ein paar Pulverizer bauen wenn es so weiter geht der Olli belegt die Maschinen ihr habt sie jetzt gesehen er belegt sie hier guck mal alles mir alles mir gleich wieder nachlegen ja ja schon klar ich denke das sollte man auch mal ein bisschen automatisieren und ich habe da so einen Gedanken vielleicht können wir die nächste Folge umsetzen was meinst du eventuell ne ähm was für ein Gedanken ähm dass wir drei Maschinen nehmen und aus den drei Maschinen kommt dann Gravel ähm Sand und Dust und die dann eventuell in drei Thieves reinlaufen lassen und die dann weiterlaufen lassen eventuell das wäre eine Maßnahme hätte ich auch gesagt nachdem wir hier mit dem Generator so viel generieren wie wir naja doch er braucht schon viel aber achso da ist nichts mehr drin ähm ich denke das wäre eine Maßnahme ob wir die das schon das nächste Mal machen wissen wir nicht aber es werden wir auch das werden wir sehen wenn wir den Generator noch einen ähm Daylight Sensor verpassen dass der nur nachts läuft und tagüber haben wir Solarpanels zum Beispiel sparen wir Kohle hm gut Kohle kriegen wir aber auch beim 7 von Gravel raus ja 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 wir haben viele Möglichkeiten Strom zu produzieren ist glaube ich nicht das Problem hier glaube ich ok in diesem Sinne würde ich sagen wenn es euch gefallen hat dann gebt uns Daumen Daumen nach oben und like plus eins ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben die lesen wir gerne und beantworten wir natürlich auch gerne ansonsten bleibt mir nur noch eins zu wünschen habt eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin macht's gut tschüss tschüss